Jetzt meine Damen und Herren, eine junge Frau bei uns zu Gast, sie ist freie Journalistin, Autorin und TV-Moderatorin. Aktuell läuft die zweite Staffel ihrer Sendung Paula kommt, Sex und Gute-Nackt-Geschichten. Auf meinem Lieblingssender SIX, den guck ich immer, ist ein Männer-Sender, reiner Männer-Sender, nur für uns. SIX, musst du mal einschalten, immer montags um 22.15 Uhr. Hier ist Paula Lambert, herzlichen Willkommen. So, herzlich willkommen, Paula Lambert, Ihre Sendung Paula kommt, da geht es um Sex. Man dachte immer, nach Erika Berger wüsste man alles über Sex, ist aber nicht so, weil sie immer neue Geschichten auftun oder woran liegt es? Naja, in der Sendung sprechen zum ersten Mal Frauen offen über das, was sie tatsächlich beschäftigt, also keine technischen Fragen. Bei Erika Berger ging es ja mehr darum, wer steckt was wohin und was passiert dann, soweit ich mich erinnere. Und bei uns geht es darum, warum steckt derjenige seine Sachen dahin und was bedeutet das im Großen und Ganzen? Also es ist mehr aus Frauensicht? Genau. Also es ist mehr aus Frauensicht? Aus Frauensicht? Auch wenn es ein Männersender ist, haben wir uns trotzdem gedacht, wir machen es aus Frauensicht. Genau. Müssen wir mal reingucken, bei Sex, Männer laufen auch so Sex in the City und so, die ganzen Männersendungen. Also der Unterschied zwischen Blutpenis und Fleischpenis? Ja. Das, äh, das, äh, kann man das irgendwo nachlesen oder, äh, äh, was ist das genau? Siehst du, mir ist ja der Unterschied mir aufgefallen, ich habe da auch was gelernt, das ist so eine Art Wissenssendung. Können Sie das nochmal erklären, was ist denn ein Blutpenis und was ist ein Fleischpenis? Ein Blutpenis ist das, worüber sich, also wenn Frauen erst enttäuscht sind und sich dann freuen, und ein Fleischpenis ist, wenn sie sich erst freuen und dann denken, naja, so viel mehr ist da ja auch nicht draus geworden. Also ein Fleischpenis ist ein Penis, der unerrigiert bereits schon groß aussieht, aber schnabbelig bleibt. Überraschungspotenzial, das ist mir nie aufgefallen. Ein Blutpenis ist ein Penis, der sozusagen erst klein aussieht, aber durch die Erektion unglaublich groß und hart wird. Habt ihr das richtig erklärt? Du bist jetzt, Sie, Entschuldigung, Sie sind jetzt auch nicht jemand, der... Ich hab du gesagt, das ist so leid. Achso, das ist egal, ja, wir mischen das. Das ist nicht so, dass Sie alles Verständnis haben. Warum? Es gibt ja so Leute, die haben für alles Verständnis. Ne, also, naja, ich hab schon Verständnis dafür, wenn es Sie froh macht, aber warum sollte ich mich im Keller sperren lassen, wo ich nicht aufs Klo gehen darf und auch sonst nichts darf? Das ist doch bescheuert. Ja, eigentlich schon. Aber ihr hat es Spaß gemacht, also insofern ist es ja auch schön, irgendwie. Ist so eine Sendung tatsächlich noch, hat ihr noch aufklärenden Charakter oder ist heute, findet eh so eine Entprudisierung der Gesellschaft statt, durchs Internet, wo sich jeder alles, was er wissen will, einfach direkt durch Stichwort einfach nur eingeben bei Google Blutpenis und schon hast du so eine Latte. Na ja, viele Leute wissen das in der Theorie und trauen sich aber in der Praxis nicht, damit rauszukommen. Also wer sagt schon seinem Kumpel, ich würde mich gerne in eine Zelle stecken mit einem Metalleimer, in den ich zur Not pinkeln darf, aber nur, wenn es mir jemand erlaubt. Außer man arbeitet hier. Aber in meinem Buch ist es ja zum Beispiel ganz anders, da beleuchte ich eher die gefühlsmäßige Komponente einer Beziehung ganz ohne reinstecken. Also was passiert davor? Keine Angst, der will nur spielen. Das ist ein Buch über, der Männerreport, ein Buch über Männer in diesem Fall? Das habe ich unglücklich formuliert. Also es geht um Beziehungen. Im Grunde ist es sowas wie die Enzyklopädie Galactica für Weltrahmenfahrer. Da steht alles drin, was man über Beziehungen wissen muss und vor allem, warum es nicht funktioniert. Okay. Also da steht alles drin, was man über Beziehungen wissen muss. Zum Beispiel? Das ist eine tiefe Wahrheit. Das ist eine tiefe Wahrheit. Also auf SIX läuft. Paula kommt immer montags um 22.15 Uhr. Und hier, dieses Buch, ein tolles Geschenk. Es ist ein wirklich tolles Geschenk. Zum Vatertag, oder? Also es geht nicht nur, also ich habe Männertypen beschrieben, mit denen die moderne Frau heute zu tun hat und möchte da erklären, warum es der modernen Frau vielleicht manchmal schwerfällt. Zeige aber großes Mitgefühl für den modernen Mann, der mit der modernen Frau ja auch leben muss. Okay, also auch etwas humorig? Es ist immer humorig. Also dafür ist das Leben zu kurz. Sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg damit. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit weiteren schönen Ausschnitten. Die zweite Staffel läuft ja noch. Ich hatte gehofft, ihr zeigt die Stelle, wo der Herr unseres Herrengedecks, wo ihm das Wort für erogene Zone nicht einfällt. Und er sagt dann, Frauen haben doch überall so geile Stellen. Das Wort für erogene Zone, doch, das haben wir hier. Und zwar. Oder? Ne, ach Quatsch. So, wir haben mal ein kleines bisschen Werbung und gleich sind wir wieder da mit den deutschen Teilnehmerinnen beim Eurovision Song Contest. In zwei Wochen ist es glaube ich schon, ne? In Kopenhagen. Ela Isa ist bei uns. Vielen Dank, Paula Lambert. Bis gleich. Also ich kenne ja Ela aus dem Tonstudium und wir haben noch lange nach einer Kontrabassistin gesucht. Da war ich beim gemeinsamen Freund eingeladen auf eine Schnapsverkostung und da habe ich Nathalia eine Filmballen entdeckt. Ja, von diesem Schnaps. Was ist das denn für ein soziales Milieu, wo man auf eine Schnapsverkostung eingeladen wird? Wer hat die Schnaps kreiert? Das ist Berlin, wa? Das ist Berlin, wa? Ja.